Hey, auf geht's. Win. Try hard, Daddy. Ihr werdet wie ein paar Ründchen gewinnen und so. Ey, macht Faxen, bläst euch gegenseitig ein. Das ist mir doch alles scheiße, egal was ihr macht. Guck mal, Krass, aber vielleicht bin ich, ne? Du kannst da bleiben, mit einer One-Way. Ja, vielleicht Mitte schon, ne? Wir haben... Oh, das Schütze geht hier rein, glaube ich. Ist das krank. Eine noch, noch einer. Das ist krass, ne? Plätze bei Kuba. Abdingstunnt, guck mal, Abdingstunnt. Schönes Zahn? Tigger, was ist das? Ich muss so schönes Zahn, aber... Tigger, Junge. Wie viele Headshots will der? War ja was dann. Der war richtig gut gestalt, aber richtig schöne Utility. Ich glaube, er ist los Ramp oder so. Ich kann nicht reinflaschen. Der war der, der war der. Ich kann zu erblinden, wenn ich will. Nice, macht er da eine sehr schöne Runde. Guck mal, wir haben nicht einen Spieler verloren, weil jeder konzentriert, diszipliniert, die am Game ist. Leidenschaft, Leidenschaft. Einer nimmt dort, die Mädchen. Ah, ich wurde gesmoked, verstehst du? Gesmoked wurde ich. Eine war vor wie man. Das ist sehr gut, Kamo. Das ist sehr, sehr gut. Nichts geben. Bitte jetzt noch was? Warte, ich hab ein Stun noch ready, ne? Ja, ja. Wichtig, keine Beine trainieren. Man sieht unter dem Tisch, ich schreib dich eh nicht. Doch, sehr wichtig. Beine trainieren an sich, sieht man im Club nicht. Für mich macht das eh wenig Sinn. Aber stimmt auch, in der Cam sieht man sie auch nicht. Deswegen hast du eigentlich irgendwo recht. Dennoch, Beine trainieren ist sehr, sehr gut, damit es einfach proportional einfach schöner aussieht. Es sieht aus wie ein Vogel. Wenn du so einen Oberkörper hast und dann so Flamingo-Beine, das ist ja auch Quatsch. Und natürlich auch, wenn du deine Beine trainierst, ist es auch sehr, sehr gut für dein Testo. Das wiederum sich positiv auf deinen Oberkörper auswirkt. Glaub ich ja. Ah, ja! Heaven, Heaven, Heaven. Mann, ich hab Glück. Ich fand ich ready. Nice, Zweiter. Der ist Backside, Backside, Backside. Two guys, two guys. Gleich rein. Und da, und da. Und da, ja. Oh mein Gott. Maybe in the smoke. Digga, es kann nicht sein, dass wir zwei... Fuck. Ich hab das so geil. Digga, was guck ich mir hier an, Digga. Ich hab wieder ne Eko. Boah, gar nix. Alter, ich stand rein, ich stand rein auf, süß. Jetzt. Warte, ich stand, ich stand, ich stand. Ich stand, ich stand. Sorry. Ich hab die smoke, Leute. So. Ach, dann. Boah, Digga. Da gehen aber Dinger rein, holy shit. Schön, dass du da guckst und siehst. Dass du guckst, siehst, wo kann ich meinen Team jetzt helfen. Du bist präsent. Oh, geil. Bomb ist gedroppt. Lass ihn ruhig picken. Lass ihn ruhig picken. Er ist out. Oh mein Gott. Er ist out. One enemy remaining. Let's under-afters. Under-afters wahrscheinlich. Ah. Schön. Mann, Pepe Love. Mann. Das war mein Kill. Mann, das war mein Kill. Mann, Felix. Felix. Ja, schon. Die Vandal ist es. Sie ist geil, wahr, Chat? Das ist halt einfach, weil ich komme aus CSGO-Chat. CS105, 106, CSS, CS-Condition. Das ist mein Leben gewesen. Boah, 16, 17 Jahren Half-Life gespielt. Da kam ich an mit dem Train. Ist sehr hässlich. Ich hab Stun bereit für Heaven. Boah. Die sind gestunnt. Die sind gestunnt, die sind gestunnt. Nein, 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 nein. Ich flash mich. Oh, nein. Ich flash mich. I wish right now. I wish right now. Ich flash mich. Ich flash mich. Still inside. Das ist sehr hässlich. Aber mit der Wohnung läuft's gut. Wir haben da gerade drei Wohnungen in einer richtig guten, engen Auswahl, die wir nehmen würden. Jetzt die Frage noch, ob wir die bekommen. Ich hab jetzt nochmal BWA von meinen Dingen bekommen, von meinem Steuerberater. Nochmal Schufa auskommt. Gar nix, gar nix, gar nix. Zwei mitzahlen. Wirklich gar nix. Dann will ich den abholen eigentlich. Aber ich kann dich nicht halten. Warte. Digga, BITTE! Blubblein, Bruder. Mach du Scheiße. Alles gut. Mach dir keinen Stress, Blüch. Sorry für Schwein. Wohnen in Hamburg sehr zentral. Das reicht ja, sehr zentral in Hamburg. Oder willst du am besten noch die Adresse haben? Bei mir war so, ich wollte eigentlich erst nach Köln ziehen. Köln fand ich sehr geil. Köln fühl ich mich sehr wohl. Nice. Sehr geil, sehr geil, Leute. Auf geht's. Ja, Berlin wäre da eigentlich auch so ne Abzüge gewesen. Wir machen jetzt auch nichts. Jetzt muss ich hier was zeichnen. Kannst du vielleicht so... Nee, nee. Airplane. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Wollen wir rein? Ja, das ist einfach auf Side. Ich plan für dich. Okay, ready. Drei, zwei, eins. Oben, Ram. Ja, so ist die Stunnen von links. Wie geht's? Geh, geh. Oh ja, das ist jetzt schwebt. Ich hab Side. Ich hab noch ne Flash. Ich hab noch ne Flash. Wie geht's? 2, 2 Ram. 2 Ram. Beide Ram. Beide Ram. Ja, beide Ram. Ja, beide Ram. Beide Ram. Deine enemy remaining. Bitte! Minus 30! Oh, der sieht mich da! Boaah! Wow! Kamu! Seit wann kannst du sowas? Das ist Maul, Digga. Sorry. Du hast doch gar nicht gemeint. Spann dich mal, Junge. Ganz ehrlich. Spann dich mal, Junge. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich kann dich mal, Junge. Aber ich bin danach wirklich schreckt, weil ich hab keinen Bock mehr für euch. Alles gut, Mann. Ich muss nämlich gleich gehen. Links auch. Ich kann es halt flaschen. Warte mal. Festschreit? Irgendwann. Wird gut. 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 Ich meine, warum jetzt Hamburg? Ich fühle mich in beiden Städten sehr wohl. Aber ich war schon öfters in Köln. Und deswegen fühle ich mich eigentlich wohler. Aber ich will halt Richtung Chef ziehen. Chef kann halt nicht weg. Ich habe die Möglichkeit über hinzugehen. Und in Hamburg spiele ich da bei SSO Harzack. Und in Hamburg wurden auch viele Crater-Freunde von mir so. Flaschen. What the f**k? Neon-Mail. Nicht verschreiten. 1,2,1. Habt ihr geplanet? Ich weiß nicht, ob die geplanet sind. Nein, dicker. Ich komme auch hin zu. Nice. Kein Problem. Wo ist der Letzte? Nein. Entschuldigster? Oh mein Gott, was ein TP. Oh mein Gott. Lass sie mal spielen, Digger. Oh mein Gott. Das ist ein Massacup, Drizzy. Kommentator, Co-Kommentator, Analyst. Scheiße dich auch noch mit ein. Was ist das? Nice. Go. Oh, ist flashed! Da noch mehr. Ist klar, voll flashed. Sie kitteln mich fast. Ja, ist keine Plant of Riven. Das wollte ich nicht. Oh, das ist Ticking Down. Fein Problem, die Screens. Ich hole sie raus. Ich hab ihn gedenkt, ich hab ihn nicht zu sehen. Ich hole sie raus. Ich zauf an dich so, wie du an mich glaubst. Ich hole sie raus. Ich hol sie raus. Immer auf mich zähn. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin Gold. Gib mir das Flash rein. Ich bin raus. Das war gut von dir. Zwei City, zwei City, zwei City. Ich habe die Runde verloren, hallo. Warte, warte, spiel langsam, spiel langsam. Geh, geh, geh. Ich denke schon, dass du rampest jetzt. Oh mein Gott. Hast du, hast du, heavy. Oh mein Gott. Wo hast du es gelernt? Sag es jetzt. Wo hast du es gelernt? Soll ich es sagen? Ja, sag sofort. Sag es jetzt. Sag den Namen, sag den Namen. Sag es. Natürlich, natürlich bei Q, oder? Ja. Wow. Blood spreaden. Double Biceps. Drop, drop. Drop, drop, drop. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, danke schön. Ich kann auch Backside flashen. Ich flashen. Boah, du hast mich geflasht, ja. Sorry, ja. Okay, Digga. Ich brauche ihn, ich brauche ihn. Nein, nein, nein. Ich bin hier mit dem Namen. Ich bin hier mit dem Namen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Jetzt haben wir selbst gespielen können, Kuba. Kuba, du musst jetzt zurücklegen. Du denkst wirklich, du denkst, das Prinzip kann ich ein geben und nehmen oder was? Also, es ist ein Nehmen und ein... Ein Nehmen. Ein Nehmen und ein Nehmen. Weil du mit deinen kleinen süßen Finger gibst. Diese Spitze von deinen Finger nacken. Okay, du kommst wieder. Komm hoch. Nein, aufhören. Aber Digger, brauch ich mich auch trotzdem, weil ich hab kein Kugeln. Nein, 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 ist gut. Wo ist Omen? Ich glaube, er ist auf Side-Tip-Mid oder so. Ich glaube, er ist Side-Tip-Mid, der Omen, Leute. Er ist hinter der Smoke da. Wartet. Oh mein Gott. Inner Smoke, inner Smoke. Wartet. Hilfe, 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 Hilfe. Der Ref, der Ref. Fikdown A. Ich bieg dich, der W- Digger, es kann nicht sein, dass ich hier geraucht werde. Ich bitte. Egal, Small. Okay, jetzt wird's... Ich schwöre, wir haben das Game verloren. Wir haben das Game verloren. Wir haben wirklich... Ihr lacht. Ihr lacht. Aber wir haben das Game verloren. Keiner lacht hier schon wieder, Bro. Keiner lacht. Wir sind viel zu viel am Treuen. Das ist ein Verhängnis. Sag ich. Hört mal auf, Leute. Bitte. Hört mal auf damit. Digga, das ist dein Smurfer-Count, Leute. Hört mal auf damit, Camo. Voll assi. Voll assi ist das, Junge. Na, guck mal diese Karri an. Boah! Soll ich die Klaus flaschen? Eins, zwei, drei, let's go. Nein. Machst du wohl? Na, scheiße, Digga. Ich kann reinholen. Ich kann reinholen für dich, Kuba. Nein, nein, nein. Du musst aufs Side machen. Die sind close hier. Deswegen ja. Dass wir alle toten. Soll ich doch nicht für dich. Ne, mach. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Die Smoke faintet. Ich, ja, ich... Die ist clear, ne? Ich glaub, ich bin nach vier durch. Warte, ich bin nach hinten in Heaven. Warte kurz, warte kurz. You're not. Noch einer, Heaven? Ich hätte das schon für negativ, Kuba. Du kannst ihn einfach tappen. Okay. Hier ist einer. Hier war einer, wenn. Digga, ich kann das nicht mehr! Sky is on me. Aber wo ist der andere? Ich stand von mir. Beide da. Letzter Wind auch. Lass ihn ruhig arbeiten. Wenn auf der Bombe könnt ihr zusammen swingen. Er muss auf Side sein. What? Nein. Schön, komm mal. Ich hab einmal kurz so ein bisschen Druck gemacht und gesagt, ich gehöre auf zu spielen. Ich bin sauer auf euch alle und ihr habt alle Weltklasse gespielt. Ich spüre. Klar, zum Schluss wieder reingetrollt. Aber ist auch okay. Ein bisschen Spaß kann man ja auch haben. Keiner hat getrollt? Doch, 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 doch. Ihr habt alle getrollt. Gewollt oder nicht gewollt? Das ist mir scheißegal. Bitte verlassen jetzt bitte meinen 5-Stick. Okay, tschüss. Ich kick ihn sogar.